Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss den Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Dann hast du zum ersten Mal jemanden getötet. Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mama an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Ähm, gar nicht. Mhm. Hey, hab mein Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und True getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarkt-Schmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist auch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, dass wir mehr Informationen haben. Elle. Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Da sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Das war nicht so, wo du hinreitest. Ja. Bei Beshema. Ja. 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 Hm. Ja. 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 Und das macht mir Angst. Oh. Ist das die Quarantänezone? Ja. Schau mal nach oben. Ja. Da scheinen Risse zu sein, da oben, in der Mauer. Da, da oben, in der Mauer. 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 In der Mauer. Da oben, 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 in der Mauer. In der Mauer. In der Mauer. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, wann das wohl geschrieben wurde? Die Seravena-Basis. Das ist mein Generator. Das war's. Ah. Ah, missed. Okay. Okay. All right. All right. All right. All right. Okay. Was war das eben? Ich hab das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hey, Ali? Hey, was ist? Das Kabel reicht nicht. Sieht ziemlich lang aus. Kriegst du es rüber? Hm. Vielleicht. 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 Okay. 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 Das war's. Das war's. Was jetzt? Da war so'n Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravina? Suchen wir sie? Und finden hoffentlich den ersten WLF, bringen ihn zum Reden und sehen dann weiter. Das war's. 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 Okay. Huh? 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 Huh?